Zum ersten Mal wurde auf dem Sundance Film Festival ein Film mit drei Hauptpreisen ausgezeichnet. Dem Publikumspreis, dem Preis für die beste Kamera und dem begehrten Preis der großen Jury. Einst war es ein verbotenes Land, aber kein vergessenes. Es ist ein Volk, das durch seine Geschichte für immer zutiefst verändert wurde. Ein magisches Land, das einen nicht loslässt. Vietnam. Arthouse Filmverlei freut sich, Ihnen die erste in Vietnam gedrehte amerikanische Produktion präsentieren zu können. Eine sehr persönliche Geschichte. Ein epischer Film über drei Menschen, die versuchen ihren Platz in einer Welt zu finden, die sich ständig verändert. Wie die Jahreszeiten. In der Hauptrolle Harvey Keitel. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber das ist lange her und ich bin heute ein anderer Mensch. Es ist viel Zeit vergangen. Und wenn sich die Chance ergibt, ein Unrecht wieder gut zu machen, ist es etwas Besonderes. Und ich hoffe, dass ich einen Fehler wieder gut machen kann. Three Seasons. Ein Film von Tony Bui.